Müssen wir nur hier ein bisschen suchen. Wobei wir haben ja jetzt ein neues Werkzeug. Das heißt, das könnten wir... Ach, wir haben uns gar nicht abgeholt, oder? Doch, haben wir. Da. Da ist doch schon Kohle. Einmal Kohle. Sollten wir mehr mitnehmen. Wir brauchen Kohle sowieso noch. Soll ich das Ding doch mal weglassen, oder? Das kann ich doch weglassen dann. Möchte ich mal testen. Oha, ein Schlag. Super. Nice. Genau, hier haben wir eben Kohle abgebaut. Okay, ich will nicht zu viele Bäume hier fällen. Dafür können wir die anderen Welten zerstören. Ähm. Was ist das? Was ist das? Haben wir nur Deko? Oder ich weiß nicht. Okay. Okay, dann kommen wir wieder raus hier. Ach komm. Ach komm. So. So. was ja sein haus kohle das wollen wir kohle kohle wollen wir kohle kriegen wir kohle haben wir das werkzeug lasse ich allerdings immer zu hause wenn ich erstmal rausfinde wo zu hause ist okay das im inventar bauen jetzt ich überlege mir gerade stufen aufstieg ich finde das schon sinnvoll schaden zu machen aber schneller laufen wir auch natürlich nicht schlecht hast alles wir brauchen alles da sind haus steine können wir brauchen hier wenn wir wenn wir schon auf dem weg sind können wir uns auch den weg durchbrütteln und zu hause ich glaube das ist ziemlich unnötig dass wir einen haben jetzt aber was soll's so wo haben wir equipment und so drin hatten wir vorletztes ne ne da werden wir ein bisschen umsortieren hier den ach die quatsch so ne tränke sollte ich vielleicht vor okay so ja irgendwie so ich bin mal gespannt jetzt buddelt ich mir ein bisschen erde oha der macht gleich riesen tun oder was okay krass nicht schlecht bisschen unnötig aber nicht schlecht gelbes punkt so Holz kann ich ja auch ein bisschen hier lassen. Brauchen wir ja nicht so viel. Ja, was ist das für Setzlinge? Dunkeltannen. Mögen sie überall wachsen. So nachhaltig denken wir. Diese Welt wird noch länger unser Zuhause sein, glaube ich. Schön. Schön, schön. Ich krieg den also. Obwohl, egal. Nehmen wir mit. So, mit dem Kram müssen wir uns noch mal hier ein bisschen auseinandersetzen. Was wir hier lassen, dass wir, wie wir das hier lassen. Zack. Das reicht auch nicht. Und da können wir bestimmt Tiere dann einsperren, wenn wir mehrere haben. Achso, was brauchte man nochmal für diesen magischen Kompass? Akana Kompass. Huch. Acht von denen. Okay, haben wir alles. Soll ich die nicht mal hinstellen, dann irgendwo? Akana Kompass brauchen wir. Was war das? Ich bin da alles vergessen. Können wir die auch irgendwo hinstellen? Ah, ja. Beide ich hier haben, mhm. Die habe ich verliegen. Habe ich blöd? Ich habe doch erst wissen was. Ah ja, die grünen und einen Kupfer. Erste Truhe. Einen Kupfer bei uns zurück. Okay, der kann für lange Zeit im Moment bleiben. So. So. Yes. Interessant. Okay, die lasse ich aber alle hier. Soll ich da mit? Ja, schön. Ähm, Karte. Hm. Wobei, wenn wir hier... Also, wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Hm, hm, hm. Gut, das ist nicht so lange gedauert. Ur, pur, Wälder. Oh, ich bin die Katze. Oh, doch nicht. Aua. Okay. Äh, sind wir auf dem richtigen Weg raus, oder sind wir auf dem falschen Weg raus? Weiß es nicht. Ich glaube auf dem falschen. Ich möchte mich gleich mal den Kompass ausprobieren, um das Portal zu finden. Die Kompass. Oh. 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 Okay, Kompass. Der Portal ist schammehr in die Richtung gegangen. Untertitelung. BR 2018 Oh. 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 Wir bekennen die Richtung also. Oh. Das ist die Richtung des Portals. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und es ist scheinbar ein blaues. Oder... nicht. Ich weiß es nicht. Hier unten? Wollen wir mal buddeln oder was? So, holen wir den Handbohrer raus. Na, da sehe ich nichts. Wir müssen von oben graben. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo muss es hier sein. Aber vielleicht sollte ich lieber gucken bevor wir da weiter graben. Oh, das kostet uns Mana. Achso. Na gut. Vielleicht finden wir es trotzdem. Es muss ja dann irgendwo hier sein. Aber es läuft über das Ding hier. Vielleicht haben die ein bisschen Mana für uns. Wer weiß. Was? Ich glaube das nicht. Kann natürlich sein, dass es hier irgendwo drin ist. Oh. 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 noch Stress hier. Ja, ist halt die Frage, war das alles hier? Ich glaub das nicht. Sonst wenn hier in der Nähe irgendwie ein Portal sein soll. Unsere Generation von Mana ist auch sehr, sehr gering. Ach ja, wir können ja... Oh, bin ich blöd. Oh, bin ich blöd. Natürlich. Ja. Oh, kacke. Ja. Hier haben wir ja Glück. Es ist definitiv in der Richtung. Ich weiß noch nicht, ob wir damit hier Erfolg haben, was wir hier gerade machen. Die Tatsache, dass dahinter aber noch solche Steine sind, ist gar nicht so schlecht. Obwohl, ne, da ist schon wieder Börde. Dann nehme ich natürlich wieder den Handbohrer. Wo ist das Portal? Das müsste ziemlich genau hier in der Nähe sein. Oh, falsch. So, nochmal gucken. Also, ich gehe davon aus, dass das ist Portal gemeint ist damit, oder? Ich weiß es natürlich nicht, aber Ich hoffe. Wir sollten nicht mehr fern sein. Aber wir haben die Höhe ja nicht drin. Das ist ein Problem. Wir haben keinen Mana mehr. Heißt, ich gehe wieder hier's holen. Ein paar von diesen blauen Steinen haben wir hier, glaube ich, auch noch. Jo, ein paar sind hier noch. So, mächtig, mächtig. Ich würde nur gucken, vielleicht haben wir hier unten mehr Glück, aber ne, okay. Oh, komm mal da. Ist trotzdem die Frage, wo ist das Ding? Okay, jetzt sind wir hier, wo wir schon mal waren. Es geht aber scheinbar noch hier weiter runter. Gucken wir gleich. Das ist normal, dass hier Wasser ist. Okay, wenn denn in der Richtung. Ich gucke auf jeden Fall erstmal ganz unten hier, sonst buddeln wir ja noch ewig. Kann unsere Katze nicht irgendeinen Wut haben mit einer Kerze drauf? Könnte uns helfen. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind wirklich ganz unten. Das ist zu tief. Warte mal, die Steine da sind fest. Das ist sehr verdächtig. Finde ich jedenfalls. Das ist sehr verdächtig. Aha. Jetzt haben wir die Steine vergessen. No. Nein, wir haben sie dabei. Aber wir haben schon mal noch einen Dungeon gefunden. Was super ist. So, wir haben das zweite Portal freigeschaltet hier. Auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit war als bisher die anderen. Ich bin gespannt, wo wir hier sind. Ob es wirklich irgendwo rausführt hier. Ob es eine zusätzliche Geheimtür irgendwo ist. Wir werden es gleich sehen. Woop, 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 woop. Woop, 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 woop. Wo sind wir? Ohne Scheiß. Irgendwo müssen wir doch... Wir sehen es gleich. Hoffentlich. Es ist an sich ziemlich gleicher Dungeon. Guck mal, so einen hatten wir schon. Zweimal jetzt schon. Und dass dieser hier vollkommen finster ist. Aber okay, es scheint tatsächlich ein normaler Dungeon zu sein. Aha, hallo. Phil ist die Jägerin. Psst. Au dann. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du nichts lieber tun würdest, als einer Jungfrau in Nöten zu helfen. Ich habe leider meinen Holzbogen verloren und brauche dringend einen neuen. Die Wahrheit lässt sich also in deinen Augen lesen. Oh, jetzt kennt sie uns. Jetzt müssen wir sie umbringen. Können wir nicht einfach einen bauen? Pferdbank. Alles klar, Phyllis. Wenn das dann echter Name ist. Dann fließt du ein Holzbogen. Ich habe auch unseren alten nehmen können, ne? Egal. Ich will es. Ich bin gerettet, vielen Dank. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 4. 6. 6. 7. 8. 8. 10. 8. 9.